Moin moin und hallo, ich bin wieder Karl der Karl. Ich habe hier mal von einem recht unerfahrenen Spieler ein Hummel-Replay gekriegt, was von der Sache her für 3000 Fechte, die er vielleicht gerade mal hat, auch recht gut ist. Und er macht an sich viele Sachen richtig, hat aber noch so ganz typische Anfängerfehler drin und deswegen würde ich das euch auch zeigen, weil man hier halt ganz klar Fehler sieht, die man nur macht, wenn man noch nicht so lange artig spielt. Und obwohl hier halt viele, gerade von dem Verständnis zum Thema Spielen, schon viel angekommen ist, aber es sind so Sachen, die immer wieder auffallen. Wir haben hier auch nur eine gegnerische Hummel, das ist schon mal recht angenehm, allgemein wenn er nur die einzigste Artig ist. Und er macht das jetzt aber hier auch schon ganz gut, lässt sich Zeit, aimt hinterher, wartet auch gleich, bis er wirklich mal steht. Und macht dort dann einen hundertprozentigen Treffer. Ein Fehler, den er hier immer wieder gerne macht, ist, er ruckelt ein bisschen hinterher. Also ganz wichtig ist allgemein beim Artig-Spielen, dass man mit den Zielen ruhig eine Sekunde auf dem Ziel bleibt und dann erst abschießt. Man sieht ja halt dieses Server-Delay, das heißt, wir haben unser eigenes Corsair, was wir hier sehen. In der Regel haben eigentlich alle das an, weil leider das Server-seitige Corsair, zumindest bei mir auch seit einer Weile Schwierigkeiten macht. Und dadurch die Lags extrem hoch geworden sind, muss ich das leider auch ausschalten. In der Regel ist der Server, hängt ein bisschen hinterher. Und das umgeht man damit, dass man eine Sekunde einfach mal den noch drauf lässt. Aber hier macht er schon mal so weiter als richtig. Obwohl viele Ziele aufgedeckt, bleibt er erstmal auf dem Cap-Kreis. Weil da ja schon drei Spieler drinstehen. Und nimmt damit auch den ersten raus. Und hat damit den Cap schon mal zugesetzt. Also das ist schon mal das, was er recht gut macht. Jetzt seht ihr ja unten links die Anzeige. Ich habe hier einen Corsair, was auch noch ein bisschen besser zeigt mit dem Waffenrichtbereich. Und das ist auch ein Anfängerfehler, den er hier macht. Er bewegt den Körper nicht. Er kann jetzt ganz normal mit A, D und W auch in dieser Optik fahren. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich A drücken, dass sich die Wanne ein bisschen nach links dreht. Aber weil er jetzt hier nach unten zeigt, will er sich dann durch rechts drehen. Dass der Waffenrichtbereich ziemlich mittig zum Cap-Kreis ist. Weil wir jetzt noch immer wieder sehen, dass sein Fadenkreuz immer wieder aufspringt, weil er am Rande ist. Oder dass er Ziele beschießen will, wie er gerade so überhaupt noch aimen kann. Das sollte nicht sein, dafür sollte man gerade nach dem Schuss die Phasen ausnutzen. Das heißt, wenn er gleich geschossen hat, hat er erst mal, ich glaube, 15 Sekunden Nachladenzeit. Da kann er in den ersten 3-4 Sekunden fahren, wie er will. Und dann wieder aufs Ziel gehen, ohne dass er irgendeinen Verlust von Aimzeit hat. Aber das macht er hier leider nicht. Und was hier sehr zu vorderfühlen ist, das sind halt die anderen auch sehr unerfahrene Spieler. Wie siehst du, der Leopard hat wahrscheinlich mit der meisten Cap-Punkte, hat man gerade gesehen, hat fast die Hälfte der Punkte gehabt. Fährt aber vor, lässt sich eine knallen und setzt sich wieder zurück. Genau wie der E8. Fährt auch mal wieder vor und will schießen. Und wird dadurch aber zurückgesetzt. Die hätten das eigentlich schon längst gewonnen gehabt, wenn die in den Häusern geblieben wären. Ah, naja. Das ist immer so. Haben sie halt doch noch nicht gewonnen. Geschweige, wer weiß, wie es noch ausgeht. Das fährt natürlich jetzt noch nicht. Wichtig ist halt, er als einziger Arty bleibt halt die ganze Zeit auf den Cap-Kreis drauf. Das ist halt völlig richtig. Weil sobald er die Möglichkeit hat, besetzt er auch die Leute. Da ja sonst auch die einzelnen Panzer, die hier immer so amokmäßig reinfahren, das auch nicht schaffen würden. Das ist dann gleich ja hier die Gefahr gewandt. Und dann wechselt er jetzt auch den Zielbereich wieder. Und hier ist dann auch so ein Punkt, der mich ein bisschen geschüttert hat. Hier sieht man es wieder, ne? Er geht am Rande des Richtbereichs, weil er dann jetzt den Jagdpanzer 4 reinkriegt. Er hätte jetzt schießen können, ne? Er bewegt einfach nicht den Panzer selber. Obwohl er das Ganze mal machen kann. Anderer Nachteil war, er hätte jetzt einfach auf den Jagdpanzer draufbleiben sollen. Er hätte ja relativ sicher den erstmal ausnocken können. Zumindest einen Schuss abgeben und dann wechseln. Und der Schuss, da brauchen wir nichts zu sagen. Zielkreis größer als der Bildschirm. Das wird einfach nichts. Das sind in den seltensten Fällen. Und mit so einer Hummel schon gar nicht. Vielleicht mit T92 kann man das nochmal machen. Aber das ist die Ganty 92. Jetzt probiert er halt einfach ein bisschen hier in der Base rumzuäumen. Das ist so eine Stelle, wo relativ viel geswitchelt von Tag ist, das allgemein schlecht ist. Und andererseits eher nicht wirklich da was erreicht und auch zu hippelig ist. Er drückt zu schnell ab, zu früh und wechselt zu oft. Jetzt hofft er natürlich, dass hier nochmal der Jagdpanzer auftaucht. Aber der ist recht gut getan. Der wird da auch nicht mehr auftauchen. Und wechselt wieder runter zum Cap-Kreis, wo er in T4-3 steht. Und wieder maximal Waffenrichtbereich angegrenzt. Wird er jetzt zwei Meter vorfahren, würde ihn schon gar nicht mehr reinkriegen, ohne dass der Zielkreis wieder voll aufspringen würde. Das ist halt ganz wichtig. A, D, W, S, alles funktioniert noch. Aber ansonsten war es schon mal gut, dass er überhaupt geschossen hat, obwohl das Ziel weg war. Es hätte sein können, dass er noch stehen bleibt. Und hätte er gar nicht mal so genau treffen müssen, um diesen Panzer rauszunehmen. Also Meter daneben hätte wahrscheinlich auch noch gereicht. Und dann wird es aber auch schon wieder knapp mit den guten Kisten. Weil der Splash ja sehr gering ist. Jetzt verleiht er ein bisschen um. Grundsätzlich nicht verkehrt, weil er weiß, wo er sich denken kann, dass sie vielleicht unten rumkommen. Oder vielleicht auch noch der Siebener Franzose, der lang gefahren ist. Und er hat einfach in den Cap-Kreis eine bessere Schussposition, wo er jetzt hinfährt. Das sind Sachen, die recht positiv auffallen. Dass er schon versteht, Cap-Kreis ist wichtig. Und dass er reinschießen kann, ist wichtig. Dass er auch mal ein bisschen Vorhalter wird. Das mit seinem Waffenrichtbereich da ist. Ganz dringend Verbesserungsniveau. Jetzt einfach mal ein bisschen vorspulen. Weil jetzt kann ich auch nicht mehr so viel schießen. Bis auch nicht mehr ganz viel passieren. Jetzt mal ein bisschen langsamer. Das ist zum Beispiel eine Sache, die auch nicht geht. Er schreibt etwas, anstatt weiter zu aimen. Und geht dann halt den Teil rüber. Und hat dann mit dementsprechend Zeit verloren. Also ganz wichtig ist jetzt nicht, irgendwas reinzuschreiben in den Chat. Und ganz andere kuriosache ist, von Aiming her ist es gar nicht so verkehrt. Aber die Schüsse kommen überhaupt nicht an. Der nächste jetzt auch nicht. Das ist eher willenlos, als so eine Sache, die alle Arzt irgendwie haben. Ab und zu denkt man sich, was soll das? Wo geht der hin? Und warum macht der das? Jetzt ist der Siebner von Zose wieder. Und jetzt kommt noch eine ganz lustige Sache. Der Churchill hat so ein bisschen Probleme. Geht anscheinend so ein bisschen die Munition aus. War wahrscheinlich noch ein AP-Schuss, würde ich sagen. Ich habe den auch selber. So viel macht der auch mit AP. Er hat einen ganz sauren Schuss, die Hummel hingesetzt. Hat wahrscheinlich leicht die Kette beschädigt. Ist aber egal. Er hat ja kein AP verloren. Und jetzt muss man darauf achten, das Blaue ist Schaden, den er sich selber macht. Ich weiß nicht, wo ich schätze, ist HE. Aber ich verstehe es einfach nicht. Er drückt sich da irgendwie selber weg. Und es ist auch desertiert. Habe ich halt durch dieses XVM 1, 2 Farbmarkierung anders. Habe ein anderes Overlay, wie ihr seht. Die Schaden werden getrennt angezeigt. Der gelbe Schaden ist immer des Spielers, den ich hier gerade sehe. Und der Rote ist dann halt Schaden an Gegner. Und der Türkise ist halt immer Friendly Fire. Und in den Falle selbst Beschuss. Und da kommen wir wieder mehr Glück als Verstand. Schlecht geschossen. Die Ackpanzer 4 hat noch schlechter gespielt. Dementsprechend freut sich dann die Hummel. Vielleicht kommt mir noch so ein schönes Ding. Bei der M4 war es auch nicht so richtig. Der M4-45, was er macht. Er fährt die ganze Zeit noch weiter und weiter. Bin sicher, ob er ihn noch nicht richtig aimen kann. Aber eigentlich sollte er es schon. Aber dieses war alles für richtig gemacht. Kurz gewechselt, ordentlich eingezielt und geschossen. Ja, das war es dann auch. Dann vielen Dank fürs Replay. Und dann sehen wir uns wieder auf meinem Channel.